Hallo Leute, wir reden jetzt hier gerade über Amerika, über Pösem, über die NSA, über die Skandale, über Edward Snowden, der geschützt werden muss. Aber wir sollten auch nicht vergessen, auch wir hier in Deutschland haben Personen, die geschützt werden müssen. So wie Gustl Mollert, der in der Psychiatrie sitzt, weil er versucht hat, einen Bankenskandal aufzudecken. Es reicht nicht, immer mit dem Finger auf das böse Amerika zu zeigen und zu sagen, ja, das gibt es bei uns nicht. Nein, auch hier ist es Realität. Und so möchte ich unseren nächsten Redner ankünden, den Jörg, der was vorbereitet hat zum Thema. Ja, hallo, ich bin der Jörg. Ich bin jeden Montag von 17.30 Uhr bis 19 Uhr an der Mahnwache vor der Bayerischen Staatsvertretung hier in Berlin. Und ich muss hier erstmal wen grüßen? Mein, nicht Tante Mathe aus dem Ruhrgebiet. Hallo Gustl. Gustl Mollert, um es mal mit einem verstorbenen Moderator zu sagen, ich meine, du bist Spitze. Die Spitze eines Eisberges. Gustl, du bist eigentlich Zeuge der Anklage. Zeuge der Anklage von Machenschaften im Bankgeschäft. Machenschaften von Seilschaften in Politik, Justiz und Wirtschaft. Dem eigentlichen Staat im Staat. Gustl, du wurdest zum Zeugen der Anklage. Zu einem Zeugen von unglaublichen Zustanden in der deutschen Psychiatrie. Den Machenschaften von Gutachtern, Anstaltsleitern, Richtern und der mit verbotenen Verstöße gegen Menschenrecht und Menschenwürde. Nicht nur an dir. Gustav Mollert ist kein Fall. Und schon gar kein Einzelfall. Viele Menschen sitzen in deutschen Psychiatrien, denen es ähnlich ergeht wie Gustl. Sie werden ihrer Würde beraubt. Sie vermodern hinter diesen Mauern, so human diese Anstalten auch immer hergerichtet sind für die Öffentlichkeit. Informiert euch. Sie brauchen eure Solidarität und Gerechtigkeit. Ist es nun ein Verrat von Betriebsgeheimnissen? Oder ein zu respektierender Gewissensentscheid, sich verantwortlich zu fühlen für das, was man tut. Was ist es wert, das Recht auf Asyl, wenn Staaten Überflugrechte verweigern, dem Asylsuchenden kein freies Geleit geben? Was ist eine Demokratie wert? Wenn solche Beschlüsse vorbei an der Öffentlichkeit getroffen werden, man die Bürger nur noch über die vollendete Tatsache informiert. Als sei es das Selbstverständlichste von der Welt. Dass es einen Staat im Staat gibt, kann niemand mehr ernsthaft bestreiten. Und dieser Staat folgt seinen eigenen Gesetzen. In einer wirklichen Demokratie würde der Staat sich selber schützen. Mit den Instrumenten, die der Demokratie mit auf den Weg gegeben wurden. Um die Demokratie zu schützen vor unlauteren Zugriffen. Um sie bewahren und weiterzuentwickeln. Dem Verfassungsschutz zum Beispiel. Der hat eigentlich dafür zu sorgen, dass nicht Konzerninteressen mehr wiegen als Bürgerrechte. Dass Instrumente des Staates nicht missbraucht und instrumentalisiert werden, von welchen Interessengruppen auch immer. Nichts ist gefährlicher als zweckentfremdete Instrumente. Instrumente, die ihrem Auftrag nicht nachkommen. Nichts ist gefährlicher als zu schweigen, wenn es das Gewissen nicht mehr ertragen kann. Es ist dein Job, Unterstützung zu versagen und deine Stimme zu erheben, wenn ein System mit seinen Instrumenten entgleist und sich jeder zivilen Kontrolle entzieht. Nichts ist gefährlicher als Krisen von denen lösen zu lassen, die sie herbeigeführt haben. Es ist unser Job, die Demokratie zu schützen, wenn sie uns etwas wert ist. Meiner und deiner, wenn wir behaupten wollen, aus der Geschichte gelernt zu haben. Es gibt viele Snowdens und wir brauchen sie, weil uns bewählten Vertreter nicht aufklären. Nicht aufklären über Dinge, die sie erfahren. Lieber verheult aus dem Untersuchungsausschuss kommen und sich auf die Zunge beißen. Machen wir ihnen Mut und dem Staat, im Staat ein Ende. Es ist Zeit, sich zu solidarisieren. Mit den Pätzen weltweit. Mit den Pätzen der Jobcenter wie Frau Inge Hannemann. Mit den Pätzen, die in Zwangspsychiatrien lebendig begraben werden, wie Gustl Mollert. Auf die Presse und die Medien brauchen wir dabei nicht zu warten, die versäumen, die richtigen Fragen zu stellen. Belästigen uns lieber mit Erbfolgen der Dynastien in England, malenblühende Landschaften. Statt dem Staat im Staate sichtbar werden zu lassen, versagen in voller Breite als vierte Gewalt. Demokratie jetzt, verantwortet euch!